einen wunderschönen guten abend und herzlich willkommen zurück zum pelzer stammtisch endlich einmal wieder mit der urschl alias mauer alias jessica und die jazz arena unser altes fahrradel sowieso am start und wir haben uns wir wollten unser thema überlegen wo die jessie viel dazu sagen kann und sind dann auf das thema food porn gekommen also was so für jeden food porn ist wo jeder so richtig radelscharf drauf ist und ja ich würde sagen let's go food porn food porn also ich habe gerade gesagt bevor wir gestartet sind die schalima hat wirklich so talent im detail zu erklären wie sie irgendetwas ist wie das sein muss dass man sich das wirklich bildlich vorstellen kann ich finde schalima du machst oder anfangen machst du dieses beispiel wie du zum beispiel beim subway die baguette also du ja also genau jetzt soll ich jetzt da wie es belegt oder was so hat immer dollar ja ja also auf jeden fall jetzt okay spaß beiseite jetzt auf jeden fall er wir fangen halt immer mit dem brot an ihr wisst bescheid da fange ich ja schon an mit ich glaube meins ist cheese oregano und deshalb so geil weil sie oben drauf diese kräuter und es ist ja halt noch so mit so cheese damit zu parmesan überbacken also richtig gut und ich so dann legen wir schon los mit bricht käse der kommt meistens auf die unterseite und oben lassen wir dann ganz normalen scheiben käse weil ich brauche halt doppelt käse und ja meistens ist sich dann so chicken fajita das ist so ganz pikant so hähnchen streifen und ja also dann lasst mir das noch tosten aber ich glaube das ist jetzt kommt jetzt gar nicht so geil oder doch wenn du doch jetzt kommt ja das beste kommt ja ich kriege aber auch gerade allein wegen dem doppelt schieß hallo ja ja auf jeden fall ich habe es gewusst ja urschleer glitzernde ach im doppelt käse hat sie gerade gesagt ja da gucke ich aber halt auch immer ganz genau dass so der doppelt käse drauf ist manchmal habe ich klick und überrechnen nicht doppelt wahrscheinlich weil die sich denken judy hat sowieso kaum was drauf leiden lassen wir die 60 aber da muss ich klick habe oder die vergessen vielleicht aber aber selten genau und dann lasse ich mir das ja an auf toste weil ich weiß nicht wenn du so halb roh sap frisst sei ich muss auf gut deutsch nicht wissen du im pelser stammt ich ja kann ich weiß ich nicht weiß nicht was für treu das geil sein soll also kann ich nicht so ganz nur vollziehen aber ok so dann kommt ihr getochtet raus genau und dann kommt die erste geile teil also dann kommt annie genau vom tostück kommt noch bacon groß einfach so geil weil es so saftig ist und so schlieb das wenn es halt so bapp bapp dann irgendwie ne ich müsste vielleicht auch mal dieses philly beef probiere ja beef cheese ne du wisst ja dieses typische philly cheese beef gibt es doch noch ja ich kriege wirklich schon mal auf jeden fall so und dann sind wir beim tosten dann kommt noch so ein paar also ich mag das immer ich sage immer nur ein paar weil ich halt wirklich nur so gefühlt wo bis ein oder zwei olive haben willst aber das kriegen die nicht immer hin also ne weil die holen ja mit der volle also gut jetzt annie mich so weil der beste kommt das beste kommt wird gleich noch aber also sie holen halt noch raus und dann will ich immer noch so paar jalapenos aber du reichen nach so ents so halbes pro bis sage ich aber es ist halt immer schwierig zu kalkulieren ich sage dann immer nur ganz wenig und dann ist allerbeste und ich finde du sparen die in letzter zeit ziemlich oder was ist in letzter zeit ich weiß schon lange nie weil ich das hier der absolute burner finde kommt dann noch so geile chipotle saut drauf ist so säuerlich pikant cocktail irgendwie sowas zwischendrin richtig geil und wie gesagt wenn ihr das dann noch so gescheit also früher habe ich immer gedacht die haben so 1 2 3 4 jetzt ist glaube ich auch noch so ja ich weiß nicht also vielleicht ich meine gibt die vorgabe das ist ja wie bei meck ist das ist ja so system gastronomie also vielleicht hat sich das auch einfach geändert keine ahnung genau und dann das gleit also das müssen wir wirklich probieren so dann habe ich schon dieses geile ich habe nicht so viel gemüse drauf meins ein bisschen dünner deswegen muss ich meistens zwei nehmen dann ist sich eins mittags eins oben so oder so ne auf jeden fall dann müsst ihr euch chips dazu bestellen am besten sind die nachos die diese doritos nachos cheese und dann müsst ihr das noch da rein legen weil durch dieses matschige von dem käs und so ne und dann der frischkäse zum beispiel der frisch jetzt kommt erstmal jetzt ist eigentlich das ding wo ich da gut erklären kann so weil dann wenn ihr da rein beißt dann habt ihr so diesen crisp dazwischen drin wisst ihr das kracht da noch dann hast du das warme von dem pfleisch und so und dann ist so dieser scheiblette käse oder dieser dreieckige käse durch sie dann verläuft so und dann hast du dieses pappi also dieses saftige auch noch von diesem bacon dann ist pikante durch diese chips salzig so noch das ja alles so übersalte so ein bisschen und dann kommt hier am boden ohne die oliven und der frischkäse und so und durch die oliven kommt noch dieses säuerliche hinein und dann noch dieses scharfe von dem rand die urschel ich schwöre die stirbt glaube ich gleich aber ich weiß euch ich habe schon so ein bisschen mache weh ne ich hab schon vor mir seh das bild ist schon vor mir ja auf jeden fall aber wenn ihr da nur rein beißt und diese soße dann und diese aber dieser crisp ist halt dieses geile so dran weil du halt dieses ne das ist dann wie wenn du außen so knackig ist ich weiß nicht also ihr kennt das bestimmt wenn man strammer max ist wenn es echt eigentlich mit so einem geilen bauernbrot ne bauernbrot am normalerweise so kann ich zumindest ja und durch das dass du das du dann über backst dann wird ja der rand außen so ein bisschen krustelig ne richtig geil also genauso und dieser crisp drin das hat ja auch ne weil das brot ist ja dann weh ich dann hast du noch butter drauf gemacht wird dann ein bisschen matschig und so und so ist das dann auch diese kombination aus diesem krachlichen brot dann hast du noch dieses krispische von deinen chips und die soße und keller geil so vermessen zum sap nee weil die höhe kommt ja noch also weil der preis der ist ja also ich hab für das was ich euch jetzt so erzählt habt da war halt noch getränk dabei habe ich 20 euro bezahlt was echt krass meine kollegin hat noch gesagt händel meins ame drauf weil wir wollten eigentlich getrennt bezahlen und dann macht die kassiererin total erschrocken nee das war nur von ihr das war das menü 20 euro krass gell was heißt menü also sorry wisch weil das ist 40 gramm oder 35 gramm päckchen also wenn ich jetzt hier noch eine portion pommes oder sowas dabei hätten aber selbst beim meck ist kostet es nicht so viel also ich würde mir behaupten bei mir ist das zumindest so vom sap bin ich assad im vergleich ja McDonalds ja wobei es ja auch nicht unbedingt viel anders ist es ist nur der kopf das ist weil es optisch nicht so fettig wirkt und so aber ja wirkt halt auch größer ne wirkt halt auch größer aber ich meine auf der anderen seite du echt ja eigentlich nur welche art quatsch was du drauf bist ich meine dass das rinzle ich bei meck ist oder so ist ja so schlimm jetzt anet aber wisst ihr was ich meine also ja ja so ist und so ist alles das gleiche das alles verzuckert und wie man das halt so kennt von fast food ja also das stimmt genau aber der preis ist echte bärne also das ist mir hier habe ich gesagt ich bin direkt erschrocken ich habe dann zu meiner kollegin gesagt also ich sah das so wie es ist das war halt erst und das letzte wurde ja also in der mittagspause sorry also ich kann mir nicht gleich als es tut mir lebt aber was ist kann ich mir nicht leichter also jeden da sowieso nicht aber ich würde ich würde mal da also sorry wische wenn ich der witz ist dann bei uns ist der subway hier und neben treu ist ein italiener ja und du kostet mittags dich neun euro wenn mit mir gedrängt bin ich dann bei 13 ja dann habe ich gedrängt kriegen salaten habe portion regattoni als vorne überbacke alt und du musst die helft auch noch mitnehmen weil ich nicht pack und ich weiß nicht also das so gehe ich lieber zum italiener da war ich noch bin ich dort essen das war ja für mich to go verrückt ja also aber das waren foodporn aber du musst jetzt doch dazu sagen wegen foodporn das hört sich zwar jetzt so geil aber das ist so muss ich jetzt alles zusagt das ist das was ich vor was ich letztes jahr oder vor zwei jahren noch erlebt habe beim sub jetzt ist es ja mittlerweile so also gerade bei dem 20 euro da habe ich mich dann tierisch geärgert weil ist ja okay das ist jetzt aufgeschlagen kann man vielleicht noch akzeptieren wenn man sagt kommt mache ich dann nur noch einmal oder so ja dann habe ich auch noch zwischen also ich habe da neige bis weil die teilen das immer so in der mitte dann habe ich ja gestern hatte ich mindestens zwei oder drei stücke wo ich nur in rot und soße gebiss habe und das finde ich halt voll frech also für 20 euro sorry wenn ich also das ist mir nur sagen die halt so ja das ist halt weil du chickenfleisch drauf ist deshalb teurer ist ja in ordnung aber ganz ehrlich ich habe sowieso schon weil ich doch nicht so viel gemüse drauf ist weil ich esse kein rohes salat oder so zeug da habe ich ja sowieso schon weniger drauf als alle andere weil es ja jetzt nicht so dass die zum beispiel beim döner oder wenn egal ob das jetzt mit flech oder mit falafel wenn du doch nicht viel drauf ist dann lehnen die monore falafel mehr drauf oder nicht mehr drauf ja ja aber jetzt so ich kriege jetzt nichts mehr also das müsst ihr nicht muss flech sein wenn die mir jetzt mehr soße mehr mehr käse ja mehr käse oder so wie ich aber die machen ja genau ihr vorlag und ich habe das gefühl die vorlag wird immer kleiner also ich kann doch nicht mehr mitsprechen ich bin jetzt schon sechs jahre oder so irgendwie in der system gastronomie deswegen ich kann jetzt ich weiß nicht ob sich du vielleicht ach natürlich wird sich du was geändert habe versteckt naja das ding ist jetzt im januar hast du die mehrwertsteuer danach hochgegangen und aber viele wollen sage ich mir meinen preis nicht unbedingt hoch weil es eh schon teuer ist dann machen die halt kleinere portionen ja denke ich aber es war ja letztlich auch schon teuer geworden so ist es ja ich kann noch einen geilen foodporn sagen ja das ist was das ist unser ding rochette ofenkäse oh gott wenn ich allein schon dort denkt ja ich schwöre euch das ganze den ganzen käse ich saß noch mal so wie es ist fressig erlernt ja jetzt muss ich dran denken die jessi hatte wo die hatte mo ronde wo oder was weiß ich es war halt mit ihrem damaligen freund so dinner mit rochette ofenkäse alter bisschen die schon ich so hä was und die jessi geil ja geil weil die hat für mich gekocht was ja aber ich muss ganz ehrlich sein jetzt mu ganz im ernst weil mir jetzt so ein kurzer ausschwankt gemacht haben ja jetzt mu ganz im ernst wenn ich auf so date gehe als ich finde sympathischer wenn jemand zu mir sagt komm wir gehen in den magazine holen uns doch trotzdem kommen oder so und essen noch ein flurry ja wie wenn du dann so ja hast du zu denen leid wo die pommes in der flurry live ich habe es nicht probiert trotz meiner acht jahren mcdonald's ich habe doch doch ich liebe ich habe es probiert das ist geil ich mache es jetzt ist nicht so dass ich den drang genug habe aber es ist halt geil weil du hast diese und ich liebe das ja ich bin da so ein mensch mit heiß und kalt ganz extrem also ich mag es nicht wenn man esse lau warm ist oder so als entweder ich esse es kalt oder ich esse es hieß nach die pizza direkt aus dem ofen essen ich weiß also ich habe zum beispiel gestern habe ich ja was habe ich mal so pizza gemacht und weil es aber nicht abwarten konnte oder weil ich das halt so geil finde wenn es so heiß ist warum ich nicht direkt wieder so die gush over verbrennen aber ab und zu passiert das im holen ja ich weiß was ich damals sagt oder zu weil bei uns in der familie ist es ganz krass mal oma zum beispiel die hat alles richtig kochend heiß getrunken und gegessen also espresso hat die erstmal heißes wasser in die tasse und dann der espresso rein und damals hat dann immer alter ihr habt doch asbest in den gush das kann man doch nicht so heiß der ist noch bekloppt der lassen komplett abkühlen er trinkt es erst wenn es richtig kalt ist ja wasser espresso ja guarnett der kann auch also wenn du dem jetzt zum beispiel kern und sauerbrot hinstellst mit knödel ist der das auch kalt ne also zum beispiel du mein weg mein weil mein kartoffelsalat wo ich du als macht ich muss das da ich mich doch immer wenn die kartoffel du noch oder pelsisch die krumbeere du noch lauwarm sind aber der witz ist ich habe hier zum beispiel wenn ich da ich hole mir immer so eine vegane salat maio aber ich vertrete es halt auch einfach besser da nehme ich das also du du ich das auch schon wenn ich das kauf direkt in den kühlschrank weil dann durch zu den lauwarmen kartoffeln das kalte an geriert du wirst du das dann halt ein bisschen frier anrieren oder so und dann du ich das hier noch mal ziehen lasse und dann durch die kartoffeln zum beispiel koche und lasse ein bisschen abkühlen und du die dann lauwarmt und nein vermischt es dann also aber das ist schon so ein bisschen ein schloss dann schon noch ein bisschen ziehen oder so aber ich habe das gefühl ich weiß jetzt ich liebe das wenn dieses kalte auf dieses lauwarme trifft irgendwie das ist so und dasselbe habe ich da war mit einer pommes also ich habe jetzt so der drang nur dass ich das jetzt essen muss so die amis essen das voll gern also so war es zumindest bei magazine sich das immer so bestellt da habe ich das auch kennengelernt ich habe es mal probiert zeit geil weil du diese süße babbsüße eis aber dann wiederum dieses salzige als ich habe das am manchen wo du wenn ich mal durchschraubt noch einmal monat ihr wisst bescheid ja da habe ich da habe ich dann zum beispiel du weiß ich dann so halbito chips ja und dann muss ich aber den ohr noch direkt ein stück schokolade esse und dann um das wieder zu kühlen hole ich mir dann noch so stück cheddar also wenn ich das dann muss ich von süß dann geht es von süß auf salzisch auf herzhaft und dann wieder auf süß glaube ich sauer aber was war jetzt mit dem rochette ofen käse wie echt denn ja also ganz so normal wie er gemacht wird mit dem trajektor also den schnitt und nein ja aber das ding ist also ich weiß nicht ich schloss den immer ein bisschen länger drin weil dann ist der ein bisschen flüssiger und dann zieht er sich noch also ich muss es muss gar nicht so sich ziehe bei mir ich mag das eher so dieses flüssige ja ja hast du das mit baguette oder unterschiedlich also ungern war also wie ja weißbrot schmeckt halt schon geil dazu aber das ist halt so ja dann habe ich wie so ein stemmer klar wenn ich also wie gesagt ich esse und rochette allend okay den großen pack ich jetzt glaube ich an ihm also ich wüsste jetzt nicht wenn ich mein durch habe ja da kriege ich das schon gebacken aber ich esse dann lieber so könne brot oder sowas zu aber ich tut es dann toschte ne also nicht sei so kräuter baguette ist auch geil und das allerbeste da drauf ist ohne die krust dran was kann er gerne essen aber auch ne was da muss ich ja nicht gesagt doch ja also was ich sagen muss früher das sind da muss ich jetzt einmal sagen weil ich so der geschmackssinn verändert sich voll früher ich habe schon immer gern den rochette seit es den gibt kenne ich den ich will dann gewerzen den schon geben bestimmt zwanzig jahre ja nach 25 jetzt bin ich zwei 30 jahre so mit neun oder zehn jahre als über zwanzig johr auf jeden fall okay ich habe ich habe nie außen rum diese wissen wir schneide doch mit reiz sein dass du so umklappen und diese klappe doch wie weit ihr dann so ganz knackig ja das geil ja ja das habe ich früher nie gern geste aber jetzt ist es aber du wie die jesse ohne den boden raus da bin ich raus also das knatschige konto frechstube ja aber muss dazu sagen die jesse nicht mehr kennen zwischenzeit fünf sind also sind jetzt 35 wenn jetzt 36 johann und die jesse und ich man sieht sonst ja auch man essen halt einfach gern und so wie andere sag ich mir im teenager alter dann gesagt haben sie treffen sich mit rufe und trinken alkohol und rache eine zigarette sind haben die jesse nicht zum fressen getroffen ja so haben wir wirklich die deutsch der sache gemacht unser tasche geld ging dann drauf für zum beispiel nestle schokosoße weil sowas haben wir nicht gekriegt daheim dann haben wir uns lässt das schokosoße gekauft und eis gefüllt und gefühlt war das so schon immer also wir hatten schon immer erlebe zwischen sag ich mo diät und fresse weil es war dann immer irgendwann ein mochi day das gibt es auch schon bei uns seit 20 johann wenigstens und dann sind wir zusammen eikarfe in de kaufland und dann gab es so sache wie der rosette ofenkäse zum beispiel aber dann hat halt die tessie gerne gegessen ich esse den ehrlich gesagt net so also essen armo aber ich musste lust drauf habe aber es gab da frischkäse tasche oder pommes mit käse überbacke also pommes aufs plett dann halt so verschiedene käse drüber und das ist halt so hart wird so überbacke und dann hat sich jeder immer noch ein dessert ausgesucht und ich zum beispiel es gern der almigurt schoko ich mag auch generell kehrfruchtjoghurt also wenn dann diesen schoko und die jesse ist gern almigurt marzipan und ich weiss noch genauso ägglas almigurt das sind nur die große gläser das hat glaube ich neun punkte bei der weight watch was weil die haben ja auch mal gemacht die punkte zählerei ja ja oder muss dir mal vorstellen wir haben gesagt sonntags ist cheat day da haben wir bis um 0 uhr gebaden die hat alles schon auf der couch gepennt bei sich in der wohnung dann habe ich die gepennt und ich angefangen so den joghurt in sich reinzuschieben kann ich kein erzählen er ist nicht gestört und man irgendwie gefühlt schon immer bald bei der jesse sagt so schalima ohne witz ne zum beispiel ich würde dich aro würde sagen alter schalima weiche was komm wir fahren keine ahnung wo paris und fahren dort auf die chance lycée und gucken uns die leichte klamotten und make-up und hättest du sagen aro ich bin dabei ne wenn ich das jesse sah den pantalon fahrer wenn ich sage wird jesse kumme fanu paris du gibst die geilste burger die größte zum beste preis mann fahr man ja bei mir war das stimmt aber wirklich zu essen tue ich fast alles ja aber so wie ihr euer fressfleisch also bei mir war das genau andersrum ich hab also bei mir war das dann irgendwie so ich hab also gut wir haben ja alle irgendwie gestörtes essverhalten der einen in die andere richtung die anderen die anderen die andere richtung aber bei mir war das schon immer so aber du könntest vielleicht aber sagen wir haben die aber getanzt wir waren ja übrigens im selben dann in der selbst dann ja aber bei mir war das halt immer so ich hatte halt immer diesen drang dünn sein zu müssen weißt du ja dann war hatte ich auch immer so wenn dann die also ich war war ganz ganz schlimm bei mir in der pubertät so also ich weiss ja das war weil ich bist ja bei mir zwischen esse und liebe das also esse bei mir zwischen das essverhalten bei mir ist wirklich so hassliebe also ich könnte ich bin auf der anderen seite so wie ihr wenn ich darauf denke allein schon wenn ich jetzt überlegt wisst ihr so mir fällt jetzt gerade direkt so all diese s'mores oder wie das ist von der amt ich habe das noch nie so original gegessen aber allein wenn ich schon so denkt läuft man schon ins wasser dass du nicht so die drei spritze aus dem kusch kennt ihr diese drei spritze aus dem mund ja die die immer auf meinem handy dann ja weil ich ich denke dann über was und dann kommen diese spritzer du auf jeden fall allein du wirst du lauf mich schon das wasser in die kusch zusammen ich sage es euch so wie es ist aber es ist bei mir immer also jetzt ist es okay ich esse dann oder ich gönne mir das dann aber es ist trotzdem so ganz komisches essverhalten in mir so ich habe muss dann eher auf wasser ich habe dann so ich glaube das ist heute zu da ich weiß jetzt nicht winch eating also wir würden das noch ohne ein cheat day regeln ist dann zum beispiel also du kriegst also ja bin ich die ding ist eigentlich fressattacke zügel stich die ganze zeit und dann wäsche nach eine zügel mich dann und hatte ich auch schon voll oft dass ich dann nachts wachgeworfen bin und dann habe ich gefühlt die kühlschrank geplündert ne aber alles dann habe ich schon platz fest dann ein stück schaufskett so und das ist ja schon krank als ich habe das jetzt schon lange nie gehabt ja auch durch klinien und so sache wenn ich ja also mal mache ja weil das klient mich dann mal wieder runter oder das bringt mich mal wieder auf also mir helft die gassinia für das für diese heißhunger attacke ja und nee aber das kommt davon weil man sich dann dauernd so ich meine das was ihr gemacht hat früher nachher zeit gehalten fressen ganze zeit gehalten dann ist man sich schon mal bis 8 0 uhr aufzubleiben ja das ist krass um da ja um dann der foodporn durchzuziehen ja und das ist dann wirklich foodporn weil das ist so dann ich will jetzt nicht sagen dass ihr so da gehabt habt aber so stelle ich mir bild nicht vor ob das jetzt in der artheim oder hingestellt aber ich kann mir das schon vorstellen ich habe das auch schon gemacht und ich habe auch mal weight watchers gemacht mit dem punkte zähler und ich habe mir auch mal die punkte aufgehoben damit ich dann end up zum wochenende ja oder so ja ja da sind wir dann was weiß ich ins steekhaus gefahren da habe ich dann die kartoffel mit so viel sauerkriemen ob und das knoblauch ich habe nicht mehr ich war nicht mehr scharf auf dieses baguette auf dieses fleisch ich war eher scharf auf dieses dessert wisst ihr da gibt es ja und so ein krampf aus spannen sache da habe ich dann voller foodporn oder so ofe kartoffel bei denen ist die ofe kartoffel ziemlich geil nennen so steekhäuser dann dieses knopi baguette dieses ultra fettig knopi baguette das ist für mich so foodporn wisst ihr so ja oder ich saß euch so wie es wie es ist zeitlang war für mich auch foodporn aber für mich ist alles foodporn wenn ich an essen denke weil ich das halt wie gesagt so eine hass liebe ja aber aber zum beispiel so ein burger ne so für mich ist zum beispiel saß euch also wie es ist weil viele ich habe hier mcdonald's geschafft und viele finden ja dieses neue system wo das so frisch gemacht wird also ich sag so früher wo die burger zehn minuten kontrolle an und dann knatschig und babbisch waren hat der heute leid nicht gepasst dann hatte man das neue system ich habe das hier noch mitgemacht jetzt werden sie erst zubereitet wenn du es bestellst jetzt sind sie kalt ja gut also ja ja also es gibt leider gottes keinen zwischenweg also entweder du frisch so oder du lustig sei also ich weiß nicht was die leute für vorstellung haben wir reden hier von fast food das ist das jetzt nicht wie mit drei sternen restaurant ist dass das dort dann gefühlt vor meine arke oder was weiß ich es gibt doch so was wo der durch salz noch vor deine arke ja das ist ja das fliege ich noch in extra für die schneiden ja den martin aus meck ist genau die da noch salz über sein ellebohr streu also weiß ich jetzt nicht nur als beispiel ja aber das ist das was ich was denken die leute was sie da kriegen ich sagen muss so ja natürlich sind es auch hohe preise gratis die meiste sind ja das ist ja dann meistens autobahn bahnhof sondern aber ich weiß nicht wenn ich an fast food denkt du ist für mich so dieses matschig verlaufen also grad jetzt so an mcdonald's oder fast food burger in in amerika ist für mich lottelische pommes knatschig ja dann der burger der käs übelst verlaufen lebt ich es schon runtergelaufen über die zwetschicht weil man wenn jetzt so ein doppelchees oder sowas nämlich ist es schon über die zwetschicht runtergelaufen dann wenn du ne beicht rief das fett hin raus fast food sorry ja also weil so also entweder also wenn ich high class essen will und aufpasste will und guck was also sorry und guck achte auf das was ich esse dann hast du sowieso im meck ist nichts verloren also wenn jetzt einer sagt okay ich will lieber ein heiße burger anstatt ein kalte ja das ist vielleicht dann schon abgekühlt ist in diesem halte ding kann ich das alles absolut nachvollziehe ja ich meine ich habe dort acht jahre geschafft ich weiß was abgeht aber also du kannst mir doch nicht erzählen dass das für dich jetzt fast food ist wenn du kalte käse aber drauf leid ne ne es ist was zu temperieren ja also im sinne von falls das jemand nicht weiß was das ist dass man die käse aus dem kiel aus holt und schon mal temperiert eine ja ja dass er dann aber das geht halt nicht immer ich meine gerade wenn du so an der autobahn schaffst wenn dann wohl freitags käte kohlwitz busse oder was weiß ich was ich saß jetzt so keine ahnung das ist ja unverhofft müssen ja dort vorbereitet ja und da denke ich mir halt ist diese kontrolle du einfach wenn es so normal kurze zeit lang liegt einfach besser ja aber das ist meine meinung ich mein gottes will das ist mein foodporn an der rein vielleicht der foodporn ja ich sag mal ich halte bürger mit mit gärten ja manche jetzt beschweren sie sich halt dass die so normale müssen das haben wir jetzt so ein echo was für echo ich höre im stoffel ja ich höre ja ja du bist wie echo aber ist man meint ach gerade du redest durch die urschel ihr mikrofon red mo was weil dann blinkt die urschel auf ja die urschel blinkt auf du nette der mikrofon aus also vom computer vielleicht getrennt oder heißt es an ja jetzt wieder du okay ja jetzt geht es ist da schon stück heraus muss gleich ein bisschen näher drauf oder das ja als ich muss sagen für mich ist foodporn eher was süßes aber jetzt bin ich wieder bei der jesse jetzt bist du ja 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 hört man mich ja also für mich ist foodporn sowas was du gesagt durch das mohr zum beispiel das ist wirklich foodporn oder wir waren in der stadt und du gabst bei shake shake so fette milkshake dann war du zugearbeitet hoch aber so hochbetüren und dann noch ein fettes stück kugel drauf so fast der doma hat gesagt dass du sowas gut pervers so eklisch aber ich finde das geil hier schäbischer das schmeckt ihr süßer geil oder du gabst so so cookie dough sowieso eis viel nur mit cookie dough du konnte dann die sorte aussuchen und hast so belge weiß gekriegt der doma hat gesagt das ist einfach nur pervers das äst du nicht ne ne hört ihr mich jetzt doppelt ja ich höre mich auch doppelt komisch gell ich sag nichts aber ich meine bei mir ist laufend grün ja jetzt geht's nicht dann na warte mal kurz jetzt jetzt ist bei dir wieder grün das ist irgendwie seltsam okay aber jessi erzähl doch was dein foodporn so die chalee ist fott also das ist schlimm die hätte ich doch erzähl doch mal ich überlege gerade was mein foodporn ist alles 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 ne mein foodporn ist geile kässpatze in den Bergen und dazu in einem Dudler und wenn die kässpatze so richtig fett doch wenn der so richtig geil das fett in dem fändchen du ist und dann in allem Dudler und dann das zweite foodporn ist für mich schäni Brezel Brezen mit dem schäni Brezel mit Obatzda doch 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 und dann süßig ist er Nougat was ist denn eigentlich Obatzda Obatzda ist mit Kammerbeeren mit verschiedenen Gewürzen also Kammerbeeren und Gemisch fertig ja du musst das mal selber gemacht ne aber mein Papa hat es schon selber gemacht ich hab gesagt es ist nur mit Kammerbeeren eigentlich zu 95% Kammerbeeren so verschiedene Käse ne nur Kammerbeeren und Kammerbeeren drückst du klein und dann machst du entweder kann ich verschiedene Gewürze also Gewürze, Paprika Pulver zum Beispiel oder mit Kümmel mit Lau aber da bin ich schon wieder raus ja das sind die 50% Burlige sowas von Foodporn das ist für mich eher so gar nicht was ist denn Kotze auf Englisch Womit Food Womit Womit ich bin Team mit Butter ich auch bin Team sogar unter der Leberwurst unter der Leberwurst unter der Tabsweberwurst unter Mettwurst ne doch überall Butter aber ich finde es geil und wisst ihr was jetzt mein neue Foodporn ist stimmt hab ich im Urlaub kennengelernt weil der Angelo der holt in letzter Zeit immer salzige Butter auf jeden Fall jetzt hab ich es Brot mit Salz Butter und dann Nutella drauf oh ne 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 ja oh ich sag so ich denke es geht ab vor alle Dinge wenn du dann deine Dusche hast ne also ich muss sagen du hast ja dein 2 in 1 nicht ne ne also ich esse ich esse auch kein Salted Caramel also kein Salz und Zucker zusammenkehrt für mich nicht genau boah oh ne Salted Caramel geil macht ja die hab ich meine Arbeitskollegin mitgebracht die waren jetzt sowas von geil das waren so Brownies aus dem Thermomix und zwar die waren so richtig knatschig gebacken weil und du kamen aber an Espresso rein also die waren bitter die Brownies ne 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 weil die haben nur dem Kaffee geschmeckt und du war halt auch weg also die waren cholera schwarz ja auf jeden Fall und dann kam der Obe drauf musstest du dann Paranuss ne wie hieß das Pekanüsse Pekanüsse musstest du so erhitze bisschen also rüchte und die dann ob ich drauf setze und dann ah ne umgedreht erst dann das Salzkaramell anriere ja das dann drüber krisen und dann die gerüchtete ähm Pekanüsse noch so rein rufsetze ja oh mein Gott Leute ich saß Urschel ich saß dir ich hab gedacht ich sterb also meine Kollegin die fand's jetzt nicht so geil aber die fand's geil das Karamell aber ich glaub wegen dem Kaffee nicht so aber die trinkt halt auch so keinen Kaffee ich denk wenn das für die jetzt ein normaler Brownie gewesen wäre aber für mich persönlich dieses Bittere ja durch diesen Kaffee Brownie dann und das Herbe halt auch ne so Kaffee dunkle Schokolade weil da kam halt auch echt beim Thermomix du weißt nix mit Backkakao oder sowas gemacht da kommt immer echt die Schokolade rein da hab ich natürlich so ganz hochprozentig genommen ja das war so herb und so dann dieses ausgeglichene von den Nissen weil die sind ja relativ neutral und dann aber diese salzig süße von diesem Karamell und dann war das ja auch wieder die Schichte dieses knatschige dann merkt ihr das also bei mir muss immer das muss verschiedene Konsistenzenzen habe aber ich habe sowieso Konsistenzproblem deswegen esse ich ja kein Obst also ich hab das ist so aber wenn es dann so knack wisch ich beiß dann in den Brownie als erstmal musst du den gesagt weder süß sauer noch salzig und süß weil diese Chili Schokolade oder so das geht gar nicht das habe ich noch nicht probiert da bin ich drauf aber ich muss sagen also bei mir ist es so wenn ich was mag dann bin ich dort drin total extrem also wenn ich jetzt zum Beispiel sage ich ich esse gern sagen wir mal ich esse zum Beispiel gern griechischen Joghurt einfach nur mit Obst drin oder einfach mit unserem Honig halt nein und dann bin ich so ich kann das dann der ganze da essen und der Dommer dreht dann durch weil ich das dann einfach wenn ich was koche zum Beispiel mein meistgekochtestes Rezept war der Eisbergsalat für Eilige und ich habe den öfter gemacht wie es Woche im Jahr gibt also ich habe den über 60 Mal gemacht und das ist schon ein bisschen arg weil das war öfter wie einmal die Woche gab es den Salat aber ich finde den so geil also ich bin nach wie vor ich kann das dann total übertreiben und er kann es dann halt gar nicht sehen aber ich muss sagen was für mich so ein Foodporn ist immer mal wieder und im Moment auch ist einfach nur Knäckebrot mit Butter also ich mit mit parmesan und mit butter einfach und wenn ich ganz wild treiben will dann mache ich noch eine Scheibe Bon Bell Truft ist doch so und das ist so Weichkäse also früher gab es auch von Baby Bell in Scheibe den hab ich du als Truft Gesser aber ich glaub also ich hab es nicht mal gesehen ich glaub das gibt es nicht und dann holt mir die Dommermann und dann so er Scheibe drauf dann esse ich im Wechsel immer nur mit Butter immer mit dem Käse das finde ich das ist für mich geil ich find auch so geil weil du gerade mit Butter so knäckebrot und so Butter ist für mich auch also ich weiss man soll nicht so viel essen aber zum Beispiel ich war ganz die Zeit lang total scharf auf Ja fresh ja ich möchte das leichte brüchiges naja irgendwie ich weiss vielleicht hängt du damit zusammen ja ich glaube vieles ich sage so ein bisschen mit der Kindheit weil zum Beispiel für mich persönlich wenn ich zum Beispiel an Sandwich Toaster also so an Sandwich Toast denke dann denke ich an meine Mutter weil wenn wir in den Freizeitparks sind Holiday Park oder so dann hat meine Mutter uns immer diese Sandwich Toast gemacht aber das geht für mich nur mit der billige Salami also diese runde dicke Salami aus dem Aldi oder Lidl dann mit dem billige Gouda oder Emmentaler Käse oder Käse Aufschnitt aus dem Lidl oder aus dem Aldi und dann einfach das ganz normale entweder Vollkorn oder weißes Big Sandwich Toast so muss für mich das Sandwich sein und dann kann ich es kalt essen ich kann es warm essen oder ich kann sagen mit Ketchup essen aber anders geht es für mich nicht du kannst kein anderes Salami und kein anderes Käse drauf nein ist für mich irgendwie so so Kindheitsding glaube ich also es gibt so Sachen die mag ich auch nur so oder zum Beispiel wie es gibt aus dem Aldi diese Nougat Pockets kennt ihr das diese Kelloggs Nougat Pockets ich aber die können nicht von Kellogg sein das schmeckt nicht das ist aus dem Lidl ja aber das kenne ich auch also zum Beispiel mit Nutella habe ich das Nutella ist halt Nutella das muss also wenn ich jetzt Bock habe auf Nutella dann esse ich Nutella und dann geht das auch aus dem Lidl nicht aber zum Beispiel der Angela hat das wohl geholt aus dem Lidl die ist auch gut aber zum Beispiel wie wir letztens mit der Ingrid unseren Kaufländer Einkauf gemacht haben da haben wir uns dann mal Nutella gegönnt wobei das auch ziemlich teuer geworden ist ja ist arm und geil ja aber also Nutella ist Nutella das ist ja aber zum Beispiel kennt ihr von Knorr diese Spaghetti Ria du kennst das bestimmt aus dem Handel weil das Sehorch vielleicht schon so Rotes Schnell Fertig Gericht Spaghetti Miraculi Spaghetti Ria von Knorr aber ist es so wie Miraculi so Papppackung oder ne also 5 Minuten Terrine mäßig ne das ist in so tot ach so du Mensch wo man nur Wasser rein macht so Nudel Gericht ah ja dann weiß ich auch nicht ja beim Kochtopf warte Roti Paco oh ne das kenn ich tatsächlich nicht ja auf jeden Fall also das jetzt zum Beispiel von Maggio aber die Oma und ich hatten früher weil bei uns war das halt so wenn mein Vater von der BASF kam der Annelina wie man das Annelina dann musste halt so das war immer so zwischen halb sechs und sechs eher halb sechs glaube ich auf jeden Fall da musste war das Essen schon fertig und da gab es dann immer richtig weil mein Vater hat die war nicht so der Essen auch und ich kann es so nachvollziehen weil manchmal merke ich ich komme doch viele Sachen nur meinem Vater auf jeden Fall und wir haben die Oma hat halt oben immer richtig groß Essen gekocht und deftig halt zum Beispiel saß jetzt nur sauren Nirn mit Reis und braune Soße Sache halt oder du gabst dann halt schon schwere Sachen okay und mittags war ich schon daheim weil ich hatte so Kindergarten da waren wir von 8 bis 12 und dann noch von halber zwei bis vier das war wo der heim muscht ne ja aber Bruder zum Beispiel war das schon Nimi der hat schon Ganztags Kindergarten mit Essen mit allem so auf jeden Fall und dann hat die Oma zum Beispiel mittags für uns ich sah das so wie es ist also das Päck ist es ist talent ja also weil du steht drauf für ein bis zwei Personen oder zwei bis drei zwei Portionen original so also ich wiss nicht wo das zwei sind ja also und ihr wisst jo ich esse jetzt auch nicht viel also klar ich muss die Oma und ich werden das immer gedehlt und jetzt hab ich das zum Beispiel mit Angelo schon gedehlt jetzt so bei mir Hände die Kaufländer Euk aufgemacht und ich dachte ich nehme das gleich mit und er kannte das aber nicht und das sind halt auch wieder so Foodporn Tipps und Tricks auf jeden Fall natürlich für die Werte super schlecht aber so hat die Oma frier einmal gemacht da kam dann noch eine Piefche Sahne dazu und eine Waffel Butter herrlich aber die Butter kam erst wenn es fertig war weil es muss immer noch kurz blicken bleiben und ein bisschen ziehen und da muss dann die Butter rein und muss das frieren weil dann ist der Geschmack noch so ob nicht so gekocht geil und Anschluss hat gesagt das ist aber gut weißt so weil eigentlich wenn wir das essen da ich kann wie gesagt 8 Erbäckchen alle essen weil es schmeckt halt wirklich es ist halt so was wir wissen alles ist scheiße aber irgendwie zwischendurch brauchen wir mal sowas ja ich will auch nicht mein Körper will manchmal die scheiße ist danach gut dann gebe ich es mal wieder clean weiter fahren ist in Ordnung auf jeden Fall habe ich das so gemacht aber wie gesagt normalerweise bräuch ich schon mal zwei Päckchen hast du gemacht mit Tomate oder ne das heißt Fungi also mit Pilze das ist mein allerliebstes auch schon seit Kindheit ich wollte immer das Fungi haben weiß auch nicht ja also da also wir hatten es nicht gemacht das gab es wohl ne so aber da hat sie dann einmal so im Vorrat weil die wahrscheinlich bestimmt weil wir waren einmal so Vorratskäufer jetzt nicht weil wir es nötig hatten oder so aber wir waren schon immer so bis die so ja ich glaube das kommt vom Krieg einfach ja genau die hat immer gesehen als im Ohr gebot und obwohl ich mal zäh stick oder so ja also wir hatten einmal Vorrat also ich kenne das gar nicht anders ja also so wie manche Leute also zum Beispiel wenn du zu uns kommst natürlich war dann vielleicht nicht gleich gekocht aber es war nie so also so wie bei mir manchmal hatte ich es auch schon dass ich vergesse habe euch zu kaufen und dann kam mir zb überhaupt jemand bei und ich ich habe gar nichts da oder so oder zum Beispiel wenn der dommer jetzt kommt weil ich trinke zum Beispiel habe eine Zeit lange Wasser aus der Leitung getrunken jetzt aber zum Beispiel war ich auch nicht vorbereitet oder so und bin ich schnell ins Kiosk gerannt und habe mal noch ein Flasch Wasser geholt das gab es bei uns früher nicht ne bei uns nicht also der hat jederzeit Party geschmiss wäre keine von davor ja ja sagt euch so wie es ist weil bei meiner Oma haben wir doppelt Haus und es ist wie ein Tee aneinander gestellt so auf jeden Fall vorne hat meine Mutter ihr sagen also ja wir hatten alles auf aber ihr müsst euch vorstellen es gab halt alles doppelt in dem Haus weil die haben es erst später auf gemacht ich kenne es nur auf also sie auf gemacht auf jeden Fall und auf meiner Mutter ihre Seite das war immer Süßigkeiten Lara Alter da gab es die dollste Sache wie ich so klar war ihr müsst euch vorstellen da war dann so Kisch die ging noch so bis hier über Eck und die stand von links bis rechts voll mit Süßigkeiten und dann Flaschen Lara und Joghurt da war noch ein Kiel Schrank und da stand immer so Joghurt oder so bei Oma da waren dann die alltägliche Dinge die wo du von Meins bis oben brauchst Gemäß Flasch Wurst Kiel und so Reis Nudeln die Sache und du war halt erst Eisfach und so aber das war einmal voll Vorrat gekauft also ich sag muss so die hat vielleicht schon immer für Hasche hat sie ein Maggi Päckchen benutzt Spaghetti Bormese das gab's oder sie hat für Lasagne hat das Päckchen Lasagne benutzt aber oder die hat auch einen Brotewaffel benutzt das schon aber bei uns gab's nicht sowas wie gefrorene Pizza oder so also das gab's nicht weil meine Oma das kannte und die war halt Generation ganz locker flog ist oder Peter und dann hab ich das so gesehen als Kind aber bei uns gab's das nie aber meine Oma die war immer immer mit Turnerin war die weg so paar Tage auf so Tourenfest vielleicht oder so Urlaub ich weiß nicht da sind die irgendwie so Städtetour gemacht und dann war die Opa und ich erländ und dann hat es bei uns zum Beispiel eine Dos Ravioli gab und als Kind für mich war das so was besonderes Dos Ravioli zu essen weil sowas gab's bei uns einfach nicht ne Ehrlich oh ne also mit also mit Tomatensauce ja das schmeckt richtig eklig künstlich wie du sagst das richtig widerlich aber irgendwie erinnert mich das halt wenn meine Oma weg war dann hat mein Opa und ich uns halt so Dos Ravioli aufgemacht ja so das ist wie mit meinem Knorrpäckchen das gab's ja nur für mich und für die Oma das war unser Ding dieses Päckchen und das war so war das wenn die Oma fort war bei dir mit dem Ravioli ja das war dann für mich auch so ach es gibt du das ravioli ja 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 aber voll witzig gell weil du kennst schon meine Oma noch und ja ich weiß gar nicht ich glaub unsere Omas die wären jetzt bestimmt weil meine Oma ist 28 geboren meine 38 ah okay doch cio unterschied aber vom verhalten war meine moderner ja das also locker also egal was um was es ging also super locker also wie gesagt die konnte auch bis sie gestorben ist hat die iPad gehabt ja leider Gottes damals gab's noch diese 5S und so da waren die Handys noch kleiner ja jetzt gibt es doch diese iPhone Max und so ja wie ist das doch Max Max ja Max und die sind größer weil meine Oma die hat schon so ihr könnt euch vorstellen die Omas die kriegen doch so Knick Gischt ich glaube Gischt ist das ja ich wissen wie es auf jeden Fall die kennen sind so jetzt bewegt das Gischt ja ja genau und dann waren die so bisschen steif genau und dann hat die Schwierigkeit auf so kleine Handy das Knäppchen zu drücken aber iPad die hat zum Beispiel immer mit meiner Mutter weil die Oma hat zum Beispiel mit meinem Vater morgens die Frühstücke im Kaffee gemacht oder zum Beispiel auch die Oma immer opens ins iPad geguckt weil meine Mutter hat dann die Reservierungen getragen hat ihr dann reingeschrieben dreimal Frühstück eine Person und zweimal Frühstück Doppelzimmer oder so hat die genau gewusst ihr ist dann opens weil das krass ja und wie gesagt es gab halt diese großen Handys doch nicht sonst hätte man ihr oder sie sich selber vielleicht also größeres iPhone weil das einzige was iPad nicht konnte war telefonieren aber iPad oder Spiele also ohne laden konnte das nicht App Store das hat nicht kapiert ne ja nicht drüber sprechen was nicht kapiert vielleicht hat es nicht rot das will ich jetzt nicht aber so war die noch top fit mit allen Themen krass also schon krass wenn ich es zum Beispiel mit meinem Vater vergleich krass der wusste nicht wie man EC Card benutzt das kommt meine Oma gar nicht so voll fortgeschritten ich finde die Omas konnten dann auch richtig kochen ich werde nie wieder gute Plätze kriege nicht dreimal dreistöckige Terrasse von meiner Oma deswegen wenn mich Anna froht was ist in dein Lieblings esse ja bring's ehrlich du musst dich anfangen zu zählen weil ich hab gar nicht so Lieblings esse es ist bei mir eher so ich esse gerne nur gelüschter aber ich bin halt wirklich so ein Genuss Mensch für mich ist esse Genuss genau da wollte ich vorhin noch ruf weil zum so ein kleines Dessert gekauft, ne? Weil das war jetzt bei dem Spezial ist, okay, extra Zeug ist noch dabei. Auf jeden Fall. Und du hast mich gefroht, gell, für dich eine kleine Portion. Da habe ich gesagt, ne, weil heute gäbe es ja nicht so viel drumherum. Du brauchst die voll. Ne, weil das reicht mir dann nicht. Das reicht mir so. Weil sonst, ich liebe ja die Kantine, ach, wenn die, ja, Kantine, das braucht man nicht, das ist nicht so. Ja. Ja, du, ja, du hattest ein Frigadell, zum Beispiel, der Angel hat letztens ein Frigadell gegessen, und er hat gesagt, Samu, die hat ja über 600 Kalorien, was machen denn die da neu? Ja. Also wir sind immer verschrockt, ne? Weil der Angelou, der esst halt wirklich gern Frigadellchen, der macht ja am Thermomix, ne? Der Angelou, für den Anschluss-Foodporn, Fleisch. Mhm. Was für mich die vegetarische Sache dann erst, die süße Sache, so wie, also wie gesagt, vegetarisch, der Ofenkäse ist ja wirklich so, oh, das verdient Fleisch. Also, krasse Gegend, aber ist in Ordnung. Aber wie gesagt, du hattest ja dann mal geguckt, eine Thermomix-Dose Frigadell, 250 Kalorien. Ja, weil du es frisch machst, ja. Ja, aber was machen denn die da rein, Mehl? Ja, Glutamat, Speiseverstärker, dann kommt nur die Gewerzmischung rein, Maggi-Päckchen. Ja, gut. Zucker. Zucker, natürlich, Zucker. Ja gut, ich weiß es jetzt, überall kommt die Zucker rein, ne? Aber ich sage nur, wisch, und dann hast du doch noch drei Beilaschen. Wisch, wenn ein Brötchen noch drin ist. Geil. Beim Thermomix ist es auch eher Brötchen, aber eher Brötchen auf neun Frigadellen verdient, ne? Also, ein Kilo Fleisch, das ist halt nichts. Ich glaube, er macht also Kilo Fleisch. Ich mag das nicht mit Brötchen. Das muss ich sagen, ich mag die deutsche Frigadelle. Ach doch. Also, meine Oma hat das einmal so gemacht, weil bei Saini, die sind immer so ein bisschen weich, so ein bisschen kurz vor dem Markt, so, ne? Dann habe ich gesagt, du, vielleicht musst du schon mal eine Brötchen mehr rein schmeißen. Aber ich habe gesagt, also, weil ich weiß noch, bei meiner Oma, da wurden die harte weiße Brötchen. Ja. Ins Wasser rein gelegt. Bei meiner Oma. Ausgetrickt, neigebröselt und so, ungemischt, ne? So, das ist so gar nicht. Also, aber ich muss nur sagen, das ist aber klar, wenn du zurückdenkst, weil rein theoretisch brauchst du ja nicht unbedingt eine Brötchen. Also, eins vielleicht in neun, ja? Aber wenn ich dann die dich auch nicht rein mache, weil du brauchst das schon, ne? Weil sonst bleibst du gar nicht richtig zusammen, ne? So, okay. Aber, ich glaube, dass die das so, das war ja Füllstoff, sag ich mal. Füllstoff. Das war billig, genau. Und wenn ich drauf denke, weil mir waren jetzt auch eine fünfköpfige Familie, ne? Und mein Bruder zum Beispiel, auch so kleine Fressersche, also, ich wurscht, du hast ja auch Geschwister, du kannst nur vollziehen, du hast ja immer ein bisschen gefüttert neid. Und bei uns, wie gesagt, es hätte nie Futtert neid gegeben, es war immer genug da, aber uns Kinder halt immer so, ne? Ach Gott, man hat immer Ärger gekriegt, ne? Aber, wie gesagt, es war aber einfach, glaube ich, der Füllstoff. Einfach, um das so, wenn ich ja, du mehr Leid satt kriegst, ne? Oder halt, Pflege war ja bestimmt früher auch teuer, das weiß ich jetzt nicht. Pflege war rar, weil du hast ja nicht haltbar machen können, vielleicht, es wurde geschlachtet, dann wurde ja manches Pflege eingelegt, aber wenn die Sau geschlachtbar, sag ich jetzt, wie es ist, dann hat sie kein Pflege mehr. Außer du hattest halt Sachen so eingelegt, ne? So, weiß ich nicht, Eisbein oder was weiß ich. Ja, so ein Kram, also bei meiner Oma, wie gesagt, die hat das so immer gefüllt, das weiß ich noch. Also ich, also meine Oma hat das auch mit Brötchen gemacht, aber ich esse das nicht gern, weil mir ist das zu deutlich im Mund. Ich mag das lieber, wenn es hart ist, also quasi eher so wie, wie vielleicht bei der Kroate, ne? Die, die, ähm, Chivacici machen, ne? Das ist ja auch ohne Brötchen, das ist ja so hart. Oder ich habe heute Hackfälscher gemacht, das ist auch ohne Brötchen, das hat meine Oma aber auch gemacht und das ist auch ohne Brötchen, das ist hart. Ich mag das lieber hart, ich mag so diese Weichkonsistenz nicht. Ja, genau. Es ist nur Fischkeit. Ja, ja, ich mag das aber das Weich, also dass die Frikadelle nicht, wenn die hart ist, ja, ich weiß was du meinst, du magst lieber, lieber mit Burger Patty. Ich esse das auch lieber, wenn es inne ist, kann er noch einen roten Strich haben. Ja, also ich esse generell schon nicht so gern Burger, das ist ja danach wieder. Ja, ne, aber nur als Beispiel, du bist dann auch jemanden, wo er auf der Fechte seit wahrscheinlich ist. Ja, ich, ja, wobei ich muss sagen, zum Beispiel, ich esse lieber fleisch, bissl blutig, also ich wage Steak Medium. Ja, auf jeden Fall. Ne, also der Dom mag gar nicht, der mag das fortzudrücken. Ne. Wie so Schuhsohl. Ne, Medium. Ne. Medium. Ja, echt nicht wahr. Medium. Ne, durch. Ah, der Angelo will auch durch. Oh, ne, weil da so Männerding. Geht gar nicht, ey. Ne. Also, der macht ja auch immer den Grillmeister, ne? Also, dem sein Opti-Grill, do, weil der grillt dann immer, ich denke, bei uns, wir haben hier so kleine Terrasse, ne, wo willst du jetzt auch einen Grill aufstellen und dann darfst du das ja gar nicht, so eine Holzkohle, weil ich finde halt, das Beste schmeckt aus der Holzkohle. Mehr in der Hemmänner, so ein Haus, so ein Hausgrill, so wie so heißt es. Ja. Mhm. Holzkohlegrill, aller, aller Beste, meiner Meinung nach. Also, ist Geschmack, das ich kenne, aber ich sage mal so, wir hatten das schon immer. Ja. Nicht, dass es auf dem anderen Grill nicht gut schmeckt, aber der hat noch dieses, dieses rauchige Aroma. Aroma. Nein. Ich sage es beim Genuss, ja und zum Beispiel, der Angelo, der macht ja immer seinen Opti-Griller da im Sommer, ja. Ich mag das, wenn du noch so wirklich, wenn es ein bisschen trifft und es saft noch. Klar. Aber der will immer, dass das aufgrund... Aber so das Thema Grille, finde ich, das ist ja auch so richtige, also nicht Opti-Grille, sondern so generell Grille ist ja so richtig der Trend gewesen so. Oder ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es gibt Leute, die gefühlt 365 da Grille. Aber ich finde, keine Ahnung, ich meine, das klingt jetzt vielleicht blöd, wir sind jetzt erst 40, ja, aber ich finde irgendwie, man kann immer... Also ich bin noch 31, das wollte ich gleich nicht recht leben. Du bist 35, naja. Ne, also ich... Überall rei würde ich sogar noch zugeben, aber ich bin eigentlich total miet. Also wenn ich überlege, wenn mir früher zum Beispiel mit dem Bruder, also mit dem Jesse, dem Mann, lege ich eigentlich den Hafer nicht in, ja, dann, ich weiß auch nicht, die ganze Waage war voll mit Bauch, also ich meine, ich esse gar keinen Bauch, aber was meine Mutter heute gern Bauch habe, gegessen eher ach. Dann Schweinesteak. Mexiko, Schweinesteak, wesentlich Barbecue, esse ich ach alles nicht, aber egal, mehr hatten. Dann gab es Grillfackel, dann gab es Grillkäse, das war dann was für uns, für die Jesse und für mich. Dann gab es Brotwurst, ich mag am liebsten, die Getrehtbrotwurst, dann auch eher für mich. Dann gab es noch normale Brotwurst, dann gab es noch Feuerwurst. Also wir hatten aber damals, Horsche, vor 50, 60 Euro wirklich, ich weiß nicht, 10 Kilo Pflege gehabt oder so, oder? Und dann war das natürlich alles viel zu viel. Am Ende haben wir dann, keine Ahnung, drei, vier Dach gegrillt, gefühlt, wir haben ja alle in einem Haus gewohnt, ja. Aber wenn ich heute zum Beispiel denke, also erstens, der Dommer und ich, wir grillen überhaupt nicht gern, muss ich sagen, liegt vielleicht auch an dem Holzkohlegrill, schau immer, weil wir können ja auch kein Holzkohl, wir haben ja auch nur E-Grill. Aber, also erstens, ich habe noch nie den ganzen Kram gegessen, ich esse kein Steg, ich esse kein Bauchlapp, ich esse kein Grillfuck, es schmeckt mir alles nett, ich mag einfach nur Brotwurst. Am liebsten, Getrehti, oder ich lege mir selber ein Schafskäsei, das esse ich gern, oder halt Grillkäse zum Beispiel. Aber wenn nur der Dommer und ich essen, dann sage ich, Rote Erpackung Brotwurst und vielleicht Erpackung Grillkäse und einen Salat, das sind wir fertig. Also so diese Völlerei wie früher, ich finde, was will ich schon mit dem Kramache fortschmeiße dann, das mag ich gar nicht. Ich weiß nicht. Aber ich muss euch noch was dazu sagen, Achtung, weil die Schafskäse auch gesprochen ist, oh, da wird ich auch töte dafür. Auf jeden Fall, Grieche, ne, Thema Grieche. Ja. Fass euch, ich, also ich bin gar nicht so, also beim Grieche, das Erste, was mir da auch fällt, ich bin nämlich so jemand, beim Grieche, da esse ich mich gern durch die Vorspeise. Ich brauche doch gar keinen Hauptgang, das stimmt nicht, ja. Wenn du eine Grillplatte oder so, dann bin ich raus. Ich sage dann immer zu Angelo, lass mich mal ein Stück pflegig probieren, weil das hat ja einmal so ein sonderer Touch von Grill. Auf jeden Fall sage ich immer, lass mich mal ein Stück probieren oder so, dann ist es wieder gut für mich. Auf jeden Fall, aber für mich ist wichtig, Peperoni, voll belegt, ganz dick, mit Knoblauch. Und dann der Schafskäse und dazu noch Baguette. Aber Baguette muss gegrillt sein, ne? So ein bisschen gerüstet, ja. Hinne vorne ein bisschen, oben ohne meine ich, nicht hinne vorne, oben ohne. Aber die bringen das ja manchmal, wenn du Pech hast, weil wenn es voll ist, dann bringen sie es so, aber dann schmeckt das, wenn es so knatschig, ne? Also ich liebe das ja und da könnte ich mich durch die Vorspeise füttere. Also ich muss sagen, beim Grieche in Speyer, wo wir gehen, du gibst einen Vorspeiseteller und du isst dann so gruff, so frittierte Auverschine, frittierte Zucchini, Peperoni, bisschen Schafskäse und so Dips. Und das krieg ich dann auch mit Baguette. Und ich esse eigentlich immer den Vorspeiseteller, also eigentlich erst die Schwester von Bad Dilli ist das immer, aber ich esse das auch immer. Weil alles andere ist auch nicht so mein Fall. Das Ende, was ich noch finde, was gut schmeckt, ist das mit dieser Metaxassoße, die Lände. Ja, oder sowas, ja, aber es ist mir zu, also ich sage, wie es ist, ich vertrage es einfach nicht. Ich kriege Bauchweh, ich vertrage vieles einfach nicht. Ich vertrage halt die Laktose wahrscheinlich dort nicht, deswegen schmeckt es mir gut. Oder es ist vielleicht auch ein Gewürz, was bei dir durchschlägt. Das kann auch sein. Weil wir haben schon die Metaxassoße selber gemacht, jetzt für meinen Opa, du gingst. Hast du die vom Thermi gemacht? Ja. Wir haben die auch gemacht, aber ich finde es nicht so geil wie beim Grieche, aber es ist nicht eins zu eins, gell? Nee. Weil wir haben sie ohne Woi gemacht, wir haben sie mit was anderem dann gemacht. Also nee, ich habe Weibrand geholt, ja. Ja, wir haben dann auch noch das zweite Mal mit Weibrand gemacht, das war dann besser, aber trotzdem nicht so geil wie beim Grieche. Nee, leider nicht. Aber ja, das ist so das Endchen, was ich dort esse, aber ich bin nicht so der Fan. Also wie gesagt, ach, eher die Vorspeise beim Grieche, ich bin an als so der Pflegeesser, muss man sagen. Nee. Aber Foodporn, alles was mit Käse ist, kann ich nicht mehr. Oh ja, also Jessie kann ja ohne Käse gar nicht. Ich brauche mindestens am Tag ein Käsebrot. Und irgendwas mit Käse. Ich mache immer, wenn sie im F15 ist, im Klee 9 sterbt die, glaube ich, als die 9 da. Oder ich esse Cheddar, zum Beispiel den Cheddar, den esse ich so pur aus der Verpackung. Ja, also oder nur für Käsebrot. Sie essen Parmesan so am Stück. Ja, Parmesan esse ich am Stück, ja. Und es gibt da Cheddar am Stück, der ist dann auch ein bisschen fechter. Und der Wichtigste, also was ich am geilsten finde, weil die Ältere ist das so, ah, wie soll ich das erkläre? Weil der ist hier zwar fecht, aber irgendwie, wenn du neinbeißt, wird Cheddar dann so cremig irgendwie. Ich kann es da, ich kann, ja doch, weil ich esse ja manchmal so einen Block, beim Lidl gibt es so einen Block. Ja. Da schneide ich mir immer so ein Stück breteres ab, wenn ich da neinbeiße. Ich kann es euch nicht selbst dann so sämisch irgendwie. Mhm, ja. Das ist auch ähnlich wie beim, beim, du, Krana, damals, Parmesano. Ah ja. Ja, wie beim Parmesan. Ähm, aber ich weiß jetzt so mal anders und je älter der ist, desto pikanter schmeckt der dann. Und es ist so geil, also, weil ich hatte ja schon neun Monate und dann um 16 oder so, schon ein Unterschied. Ja. Ach, beim, 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 ähm, Parmesan ist, ach, je älter der ist, desto geiler ist er. Ihr müsst da mal einen Rochette kaufen und den länger stehen lassen. Urschel, du musst den einfach vergessen. Wie vergessen? Du musst den mal kaufen und einfach mal fertig da stehen lassen und dann echt nur, oh, je älter der ist, je breiter ist er. Ich schwör's euch. Du kann nix passieren, ich lebe noch. Ihr seht's doch. Ich bin ja, also für Leute, die auf das Mindesthaltbarkeitsdatum schauen, ist das natürlich nix. Für die Leute, die dann doch etwas darüber nachdenken und das Wort mindest verstehen, für die ist das jetzt was. Ja, ja. Nee, also ich würde sagen, aber schon krass, gell, wie unterschiedlich so die Foodporn ist. Ja. Also, krass mit. Ja, also, ja, ich muss noch ein Foodporn sagen und zwar, das hat meine Mutter gemacht und die Tessie und ich sind voll drauf abgefahren. Die Bananen? War das, ja, von Lava oder von Wem war das, von irgendeinem Koch war das Rezept. Auf jeden Fall, Charlie Ma, das ist so geil. Die Messe. Von Tim, Jessi und ich haben uns das mal gemacht und wir haben, uns ist wirklich, wie du sagst, das Wasser schon im Mund zusammen gelaufen. Das ist Foodporn. Und der Dommer hat einfach nur gesagt, es wäre ekelhaft. Ne. Also, zwei durämliche Backfleisch, ich weiß nicht mehr, ob ich es noch ganz zusammen kriege, da kommen halbe Banane drauf, dann kommen Marshmallows drauf, dann kommt Schokolade drauf, und ich glaube Mandeln, oder? Ja, Mandeln. Oder Walnüsse, ja, und dann kommt es in den Ofen und dann verlarvt es hier alles und die Marshmallow wird dich so hart. Und dann machst du Vanilleeis und das drüber und das äschst du dann. Boah, das kannst du sofort auf die Stelle essen. Aber der Dommer ist da widerlich. Ja gut, also mit der Banane da bin ich dann auch raus, aber gut, du kennst mir ja was anderes dann, Neili, kannst ja gegen Krümel oder sowas Neili und kreativ sein. Aber vorstelle, kennst du das? Ja, geil. Ja, ich bin ja eh eher so das Süße, muss ich sagen. Aber was zum Beispiel für mich jetzt mein letztes Foodporn war, das kann ich noch kurz sagen, das war das Weihnachtsesse bei meiner Mutter. Ja. ganz traditionell, wie bei der Oma, ja der Angelo da hat drei da noch neigestoppt, ne? Also weil wir händen dann noch ewig viel mitgenommen und eigentlich wollte man das, was wir mitgenommen händen, da war ein Teil auch für die Lucide, also für seine Familie, für seine Mutter und für seinen Vater. Und das Ding ist, wenn man gar nicht abgibt, wir hätten es selber gegessen. Ne, also das war halt, weil meine Mutter, die hat halt Gans und End gemacht und weil man halt mehrere waren, hat die zwei verschiedene gemacht und hat noch Gänse Schläge gemacht, aber das war ja natürlich um Gottes Wille für sechs Personen trotzdem viel zu viel. Aber sie weiß das, dass jeder das noch mitnehmen will, weil mir das all die nächsten zwei da noch essen wollen. Ja. Ja, da ne Gans, überledet mal, wie große Gans ist, da noch eine Ente zugemacht, ja, und sechs, sechs oder acht Schläge, Gänse Schläge noch. Ja. War fully loaded, ne? Und dann gibst du bei uns immer so richtig geile braune Brotessauce mit dem Fett gemacht von der Gans. Mhm. Das ist der Geschmack, ne? Ja. Die macht bei meiner Mutter das auch. Genau, und du machst ja auch zum Beispiel so bei den Spargel, und nimmst mir ja ein bisschen Spargel was. Ja, genau. Heiß so, Spargel schmeckt, ne? Also wir machen das jetzt so eine Palze. Ich weiß nicht, ob das immer alles so ist, aber eine Palze, ne? Auf jeden Fall noch nimmst du das Fett, dass das nur der Gans schmeckt, ne? Und dann gibt's geil, so richtig Rotkraut, aber alles selber gemacht, so wie wir die Omas das gemacht haben, ne? Richtig geil, und das Rotkraut, aber du hast, das essen eigentlich immer nur ich und meine Mutter, gut, und die zwei da anschauen noch dabei, weil die anderen, die stehen nicht so auf Rotkraut und dann, Achtung, halten euch fest, Kächtegemüß. Kächtegemüß mit der braune Bratensauce. Ja, gut, meine Mutter macht doch noch eine weiße Soße dazu, so ein bisschen Bechamel-mäßig, aber mit Petersilie, das hat dann so, ja, doch macht ihr Kächtegemüß einfach nur Kächt? Hab ich ja doch eben gesagt, mit einer weißen Soße. Ja, nee, aber es sind doch nur die, weil bei uns, wir haben immer gemacht Washing und da waren Kächtegemüß. Ne, ne, ne. Ja, nur Kächtegemüß. Nur Kächtegemüß. Ja. Nur das Feinste vom Feinsten. Feinsten. Ohne Füllstoff. Ja. Ne, ich war es aber, ich war es beiseite. Ne, also so geil und dann hat die, die hat voll viele gehabt, ne, ich hab gedacht, oh, und dann hab ich ihr mitgeholfen, packen, aber was, wir sind nur fertig. Kächtegemüß, dann gibt's immer Schneeflocke, die Kächtegemüß. Die Kächtegemüß, die do. Oh, ich weiß nicht, die hat es in so Packungen gekauft. Also schon viel macht die do, ne? Ja, ich glaube, 8 Päckchen. Rüner. So mit 250 Gramm immer, glaube ich, oder 500 Gramm. Bin mir nämlich sicher. Ne, das, weil es so geil ist, das hat, ich, ne, das waren 250 Gramm, glaube ich, immer, weil die krieg ich ja nicht in so große Tutte. Ja, ne. Oder so. Ja. Also die nehmt die schon die vor, also die schädelte, die vorgekocht. Ja, genau, genau. Die muss ich nur noch für alle, die nicht wissen, was Kächtegemüß sind, das sind Machen. Kastanien. Kastanien, ja. Ja, auf jeden Fall, eher genau, Kächtegemüß ist pelzig, gell? Ja, auf jeden Fall. Ah ja, beim Pelzer stammtisch, Kächtegemüß. Ja, genau. Und dann gäb's immer halt noch die Schneeflocke, also bei uns hieß das Schneeflocke, das sind einfach die weißen Knödel. Äh. Ja, Knödel halt. Knödel? Ja, ja, aber das, ich glaub, die hießen bei, ich glaub, die hießen beim Klobus Schneeflocken oder irgendwie sowas. Okay. Deswegen sind wir auf Schneeflocke, auf jeden Fall. Und dann Semmelknödel kannst du dann jeder nennen, wie er will. Hab ich jetzt alles, die Brotesauce, ah, und Indereganz, die ist dann noch gefüllt mit, äh, mit Filzl. Mit Filzl. Filzl ist Hackfleisch. Mhm. Hack, was ist denn da noch drauf? In der Reihe sind da normal drin, so Niere und so ein Kram. Das schmeckt gut. Ne, ich schmeck das gar nicht. Ne, also bei uns sind keine Inerreihe, ich glaub, meine Mutter, weil die sind jo in der ganz, kriegst du die innere Tut. Und die tut die immer weg. Oder, ich weiß es jetzt, du wirst dich jetzt. Also meine Mutter macht die Inerreihe mit drei und meine Mutter zum Beispiel macht Käschte in die Filzl noch rein. Ja, das hat, glaub ich, meine Oma auch mal gemacht, aber mit Kindern hatten, glaub ich, dann so ein bisschen dagegen geschossen und deswegen gibt's das extra, das Käschte. Ja. Ja, ja, bei uns war das dann auch mit Zwüffeln, also eigentlich wie ein Frikadell, aber nicht ohne Brötchen. Weil das dann so hin und rein, ne, klar. Und dann zu, und das hat die beidseitig gemacht, aber wir machen immer gemischtes Hackfleisch, weil das andere wär zu trocken. Meine Mutter hat M gemacht, weil wir jemanden dabei hatten, da hat die dann die Ent, da hat die auch so, da hat immer Muslime bei uns dabei. Mhm. Und hat die, ähm, die Ent, die Ente, hat die dann mit nur Rinderhackfleisch gefüllt. Mhm. Wir hatten aber einen Teil dort auch mal probiert, ne. Ah, furchtbar, kann ich gar nicht vergleichen, das geht nicht. Also sorry, wenn du das, entweder du isch das traditionell oder du lasst das sein. Du musst ich mal, du musst ganz kurzer Schwanz noch, ich will es mir übertreiben, wieder ein bisschen klar fertig und zwar Mammuda, Mammuda ist ja krass, weil Mammuda, wie alt ist Mammuda, Mammuda wird 70. Aber Mammuda ist schlimmer wie wir mit dem Handy. Also, die sitzt den ganzen Tag mit dem Handy, ist auf Facebook, bei TikTok, die ist überall unterwegs, ne. Naja, auf jeden Fall. Gab's do in Malayu, also Mammuda ist so chinesisch. Oh, historisch kenne ich's. So, und jetzt hat er ein Video gepostet und zwar hat er ein Hokkien, also Mammuda ist Hokkien, das ist, wie soll man es sagen, wie so Pelzer, also wie so Bundes-, wahrscheinlich wie so Bundesland-Hokkien, ne. Und mein Opa war halt Hokkien, also Mammuda ist quasi wie, wie wenn man sagt, ich bin Pelzer, ne. So. Und da gab's ein Traditions-Esser und dieses Traditions-Esser wird mit Schweinefleisch gemacht. Und Malayes sind jo Moslem und die haben das dann ohne Schweinefleisch gemacht. Und meine Mutter hat dann halt drunter kommentiert von wegen, naja, also für sie als Hokkien ist das nicht richtig, das macht man mit Schweinefleisch oder macht's halt nicht, weil es ist halt einfach nicht original und es schmeckt nicht, ne. Dann wurde die wirklich tituliert als Rassist. Sie wäre rassistisch und warum sie das und bla, man kann das doch so machen. Also richtig übel. Und mit Rassismus gar nichts zu tun, aber gut. Ne, meine Mutter hat dann gesagt, also auf Englisch, also sie hat's wirklich übertrieben, sie hat gesagt, you bloody fucker, I myself is Chinese, also wie kann ich rassistisch sein, wenn ich selber ein Ausländer bin, ja. Es ist einfach meine Meinung, kann man heutzutage nie wie die Meinung sagen, dann wurde sie gesperrt dort. Ne, doch. Scheiße. Weil sie so frech war halt. Das ist halt meine Mutter, ne, Diskussionen ohne irgendwelche Videos. Ja, aber ja, das war jetzt halt ausschweibende Schwank. Ja, ja. Ja, aber abschließend, wie du das erzählt hast. Ja. Boah. Also abschweifen, also abschließend zum Thema Foodporn, was kann man das sagen? Also ich kann nur sagen, wie die Schalima sagt, ich kann jetzt sagen, es gibt so Äh, esse, ich hab immer so, eine Zeit lang ist es das, eine Zeit, zum Beispiel, was du, mein absolutes Lieblingsesse ist, ist zum Beispiel, wenn ich selber Spaghetti Aioli mache, weil ich mach die halt noch mit Schafskäse, Tomate, Peperoni, mit dem Olivenöl, wo ich's mach. Das ist halt so, was es geht bei uns immer. Aber wie gesagt, es ist immer so zeitabhängig. Im Moment bin ich so extrem, obwohl ich's nicht darf, wahrscheinlich deswegen, weil wir ja eine Challenge sind, aber so ein Cheat, ein Gäscher, ein Knäckebrot mit Butter, das war's sogar. Das war's so. 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 Honig und Frische mag ich auch ganz gern. Das ist so im Moment, glaube ich, was ich sagen könnte, was so im Moment mein Foodporn ist. Aber ansonsten mag ich alles, was süß ist. Also so wie du sagst, ich will ich in New York zu dem Hershey's gehe ohne Original S'mores, hab ich dort gegessen, es läuft da durch die Wärme, groß. Geil. Also so, ich bin eher so der süße Typ, was ein Foodporn angeht. Ja. Urschel. Alles mit Käse. Alles mit Käse. Foodporn. Alles mit Käse. Ich esse eigentlich alles gern. Ja, also ich kann mich nur achten, als ich reise. Nee. Es ist einfach nur Foodporn. Ja, esse halt für sich. Also, ja. Aber ich bin halt so ein Typ, entweder ich hab Zeit oder ich los ganz. Also, ne? Ja, mir auch. Also, ne? Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann euch jetzt die Fit von jetzt kurz erzähle, ich hab jetzt noch nix gegessen, ich bin jetzt ein bisschen drüber, ich muss jetzt auch langsam schlafen und so. Da brauche ich jetzt nämlich so viel und da mache ich ja jetzt auch kein großes Tarado, weil ich jetzt übermache, wenn es wahrscheinlich noch ein Brot und gut ist, ne? Weil es ist jetzt für mich einfach nur, okay, ich hab Hunger, ich muss noch was essen. Ja, ja. Da brauche ich aber jetzt auch nämlich viel, weil mir ist es schon so ein bisschen vergangen, aber gar nicht mehr hat sich oder so, ne? Ja. Und, aber ich brauche einfach Zeit. Also zum Beispiel, unter der Woche kann ich auch gar nicht frühstücken. Ich auch nicht. Wenn ich frühstücke, bin ich eher so der Wochenendfrühstücker, weil ich genau weiß, ich kann nur in Ruhe sitzen, Schlemme, solange so viel wie was und wo ich will. Ja. Und deswegen für mich ist Foodporn, ja, also erstens, wo alles an es ist, was, wie du sagst, aber auch so gelüstemäßig, Jenny, ich kann es jetzt gar nicht so festlegen, weil ich einfach so Hassliebe sowieso mit Essen hab. Und dann, ja, für mich ist es auch, wenn ich mal Ruhe hab, wenn ich es wirklich ja, 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 man und denkt, weiß. Also ich bin auch jemand, der mit, also ich hab auf der Arbeit oder wenn ich hier auch viel zu tun hab und so, ich ess dann gar nichts, weil mein Körper ist dann wirklich nur mit Verdauer beschäftigt. Ich bin dann müde, ich will dann schlafen, wenn ich gegessen hab. So typisch so der Blutzuckerspiegel, das dann hoch, ne? Deswegen, also ich muss das auch mit Ruhe machen und ich mag halt auch vieles. Ich mag deutsches Essen, kroatisch, ich mag auch das Asiatisch von meiner Mutter, also wirklich auch komplette Bandbreite, also, ja, ich glaub final kann man sagen, wenn wir dann mal essen, essen wir echt gern. Ja, richtig. Genau, das ist wirklich ein gutes Abschlusswort. Ja. Wenn wir essen, essen wir gern. Das merk ich gern. Ja. Ah, und mit voller Leidenschaft, gell? Ja. Ich glaub, also die, die den Podcast gucken, ich glaub, die sind das auch. Ja. Ja. Das stimmt. Man sieht das, glaub ich, in unsere Gesichter geil. Ja. Wie wir uns drehen, über Essen zu erzählen, gell? Ja. Ja, es war schön mit euch, würd ich sagen. Thema Foodborne, gutes Thema, dann würd ich sagen, Jess Marina, gute Nacht. Vielen Dank. Wir sehen und hören uns in alter Frischee. Nachts Juhi. Gellacht. Ciao. 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 Vielen Dank.